Es fehlt zwar ein bisschen die Anmoderation, aber ich mache das mal. Ja, okay. Wer möchte dazu was sagen? Ist das einer unserer Grundhärte? Ich wollte darauf betonen, dass ich sage, dadurch, weil es Grundwerte sind, sind die nicht auf dem Land beschränkt. Und deshalb soll auch eine internationale Unterstützung bekommen. Das ist praktisch die Idee, dass man sagt, Grundwerte sind grundsätzlich universell. Und universelle Grundwerte können deshalb nicht nur auf ein Land beschränkt sein, auf Deutschland oder auf Europa. Und wir haben in dem Grundsatzantrag dann gesagt, wir wollen sich darauf hinglocken, um eine Bevorrundung auszuschließen. Und das war dann die Idee, die man hatte. Ich kann mal sagen, wie wir das ausgedrückt haben. Ich verweise, ich sage es mal, aber es ist wieder PA44, oder? Es ist PA44, genau. Das denkt doch alles an. Nein, er bezieht sich auf Wirtschaft. Und darum denke ich dem Pappen, gute Sachen. Da Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit universelle Grundwerte sind, wollen wir auch über den nationalen Rahmen hinaus auf die Berücksichtigung dieser Werte hinwirken. Und das hat man genauso praktisch formuliert. Wir haben lange diskutiert und haben gesagt, nur das abschwächende Hinsichtung anstatt zu fordern. Damit man nicht sagt, man hat hier am deutschen Wesen soll die Welt gemessen, sondern einfach zu sagen, wir haben Grundwerte, für die Grundwerte stehen wir. Und deshalb sollen diese Grundwerte auch international bearbeiten. Ich bin prinzipiell auch dafür, dass wir uns als weltweite Bewegung sehen, aber das, was wir für uns erstmal als Gemeinsamkeiten herausgefunden haben, das ist ja sozusagen nur im Prinzip ein Bruchteil der Hessen, die bereits daran teilgenommen haben. Und ich möchte mir nicht anmaßen, dass das in der gesamten Bundesrepublik so ist und vor allen Dingen nicht, dass das alle Piraten haben. Aber ich denke mir, wir sollten ausreichend Toleranz zeigen, um zu wissen, dass andere das vielleicht auch anders sehen können. Und insofern kann ich sagen, ja, wir sind eine weltweite Bewegung. Da können wir dahinter stehen, wir fühlen uns als Teil davon. Das ist ein Wert, aber dass alle die Werte, die wir bisher aufgeführt haben, verinnerlichen sollen, davon sollten wir ganz weit Abstand nehmen. Also, das war auch das, was mir ein bisschen an deinem Beitrag aufgestoßen ist, zu sagen, dass man Gleichheit und Freiheit und so weiter nicht nur für das eigene Völkerung wünschen kann, aber für alle anderen ist es uns egal. Da stimme ich dir zu. Aber auf der anderen Seite, dann ist man nicht mehr allzu weit von der Position entfernt, wie sie bei unseren amerikanischen Freunden beliebt ist, halt dafür zu sorgen, dass doch bitte alle auf der Welt frei und gleich und so weiter sind, und gleich auch die Definition dieser Begriffe mitzuliefern. Also, das geht ja ein bisschen, das, was du auch gesagt hast, wenn wir jetzt hier in der kleinen Gruppe was sagen, dann sprechen wir natürlich noch nicht mal für ihn alle beraten. Aber das ist ja auch noch nicht Sinn, sondern es geht hier darum, einen Vorschlag zu erarbeiten, den man dann weiter in Breite trägt und so weiter. Aber selbst wenn wir damit fertig sind und eine breite Mehrheit für diese Dinge auf dem Parteitag mal bekommen haben, dem Bundesparteitag, dann ist es immer noch nur die Werte dieser Partei und nicht etwas, was man jetzt sagen kann, okay, damit wollen wir jetzt alle Leute beklüben. Ja? Ich habe noch den Namen, den ich mich auch bemerkend habe. Meinen Sie? Nein, sein ganz gut. Ehren. Ich finde, diese Position geht ein bisschen, es geht doch jetzt nicht darum, dass wir unsere Werte, es steht doch gar nicht klar, dass wir die ganze Welt auch auktrieren wollen, sondern es geht doch um Internationalismus, das ist eine weltweite Bewegung, heißt doch nichts anderes, als dass wir nicht uns auf Deutschland oder auf Hessen oder auf Friedhessen, also beschränken, es gibt ja Bewegungen, die sagen, wir sind die Deutschen und wir machen jetzt, also das muss man jetzt auch, man muss ja nicht immer gleich völlig abartig sein, so etwas zu sagen, ja, aber das sind wir nicht, das ist alles, was da steht, wir sind international, wir verstehen es nicht, in der lokalen, in der etnischen Begrenzung auf irgendeine bestimmte Gruppe zu sein, das ist einfach, so verstehe ich das auch, ja, aber wie Problem wäre das, dass es hier aber steht? Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Ich finde, das ist eine Leute. Also, finde ich genau richtig, und das ist aber wirklich missverständlich, wir verstehen uns als Teil einer weltweiten Bewegung, ist was anderes, als wir verstehen uns als die weltweite Bewegung, oder wir nehmen Anteil an einer weltweiten Bewegung, irgendetwas in der Richtung, stellt es in die richtige Perspektive. Das ist ein Thema, ich meine, das ist schon so fest. Ganz kurz, habt ihr alle schon was zum Essen vorher wieder ausgesucht? Nein. Nein, dann würde ich das jetzt hier ganz noch umgehen lassen, bitte schreib Namen zum Begriff drauf. Also, im Prinzip, Erik hat schon das vorweggenommen, was ich im Kopf hatte, nur ergänzend vielleicht mal, ich hieße das Wort Freiheit. Das im Prinzip für mich ist, für jeden ist frei, das anzunehmen, oder auch nicht. Also, das bedarf nicht weiterer Erklärung. Es ist nur so, dass die das bekannt machen, ohne aber jemanden was aufzuzwingen, wie Herr Ehringer sagte, auch das Wort Freiheit definiert schon alles. Das ist kein Zwang. Das ist etwas von einem Wir streben, und ich hoffe, dass die anderen das auch so sehen. Also, dasselbe. Gut, Herr Reichen. Ich würde sagen, das ist jetzt hier wirklich die Präzision. Also, das wäre für mich der Satz, den ich an den Grundwert sehe, und das andere sind halt sozusagen die Erläuterungen, die man zu den Einzelpunkten hat. Ist da jetzt noch weiterer Diskussionsbedarf zu diesem Punkt? Also, sonst würde ich nämlich zu den Interessantensachen kommen. Den Satz, den du gerade eben markiert hast, den würde ich als Leitsatz stehen lassen und alles andere nur erläutern. Ja, so ist es auch gedacht. Also, so ist es hier oben auch gedacht. Es geht immer darum, dass hier irgendwie so ein Leitsatz ist, wobei das wird man eigentlich hier rausnehmen, hier oben. Ja, hier, das ist der Leitsatz, und das andere sind Erläuterungen. Ja, also sozusagen Antrag und Begründung zu sehen. Also, da ist aber jetzt nicht alles immer eingedrückt, oder? Weil es steht da immer noch was drin. Ja, das ist... Nein, das muss sein. Also, das hat sich eigentlich wirklich gestern so mitgenommen, dass es kein Grund wird. Das können wir ja noch, wobei wir uns halt ja gucken müssen, wie wir mit der Zeit hinkommen. Michtig wäre mir halt, dass wir jetzt genau nach den nächsten beiden Punkten, den ich denke selbst, und dann auch die Nachhaltigkeit, dass wir das noch schaffen, und dann müssen wir gucken, wo wir mit der Zeit stehen, ob man das dann eventuell auf den nächsten Hessenkampus oder was auch immer verlegen muss. Das Wort Nachhaltigkeit taucht auf. Wie habt ihr das denn definiert? Das kommt als nächster Punkt nach dem hier rein. Du kannst gerne ein Grifin so mitwirken, weil das ist eigentlich der Sinn, dass man das heute ein bisschen bei dir bespricht. Na, ich gerne. Denke selbst. Also, ich hatte dazu ein... Also, es geht eigentlich um den... Es gab auch den Begriff Wissenschaftlichkeit, der im Wiki-Mann-Aufgebracht worden ist von einem aus Berlin, der auch so Grundwerte sammelt. Das aber, das ist, glaube ich, nicht ganz abdeckt. Ich glaube, dieses Motto Denke selbst, das ist mir erst so im Sommerurlaub aufgefallen, wo ich ein Buch von Heiner Geisler gelesen habe, ein ganz schmales Pänkchen, die Sapiere Auge. Das geht nämlich auf den Detail des Spruchs Sapiere Auge zurück, und das wiederum auf Kant, auf den Leitsatz der Aufklärung, Was ist Aufklärung? Und da muss ich mal den entsprechenden Absatz kurz vor. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitungen als Anderen zu bedienen. Selbstverschuldet diese Unmündigkeit in die Ursache derselbe, nicht am Mangel des Verstandes, sondern in der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitungen als Anderen zu bedienen. Sapiere Auge, habe Mut, sich deines eigenes Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung 1784. Das ist dann schon etwas länger her. Aber wenn ich denke, selbst an unseren Plakaten sehe, dann habe ich genau das Bild im Kopf. Wobei ich das gerne dann positiv ausdrücken würde. Also, das ist ja jetzt alles negativ und es ist die Selbstverschuldete nicht denken. Also, das Selbstverschuldete denken. Es ist, ja, also, ich meine, die Voraussetzung von Denke selbst ist ja, da steckt ja noch ganz viel mehr dahinter. Da steckt zum Beispiel noch Bildung dahinter, die Fähigkeit, sich Informationen zu beschaffen und Informationen zu bewerten. Genau, da steht ja auch da, Informationen selbst validieren. Das steht über Informationen. Das sind ja Kompetenzen, die wir ja vor, also, die wir dann fordern oder die sich daraus ergeben, aus diesem Wert, ja, das Selbstständigdenken können, sich ergeben, als Ziele, die wir dann verfolgen. Aber dieser, dein Satz, den du vorgelesen hast, wie gesagt, das aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und Unvermögen, also das sehe ich ein bisschen anders, das würde ich gerne, wenn dann positiv ausdrücken, ja, und zwar sagen, also, es geht letzten Endes darum, die Fähigkeit zu denken, überhaupt zu fördern. Das habe ich jetzt für dich zueinander geraten. Das hier war eigentlich das, was ich aus den vorherigen, so Formulierungen, die es schon gab, herauskostelliert hatte. Das da unten ist nur als Hintergrund dessen, dass wir nicht alles neu erfinden oder so. Also, das hier wäre, war jetzt hier jetzt das gewesen, die ich als Grundlage für die, wie man es formuliert nimmt. Aber du zuerst. Ich denke selbst, zumindest, zwar nicht diese zwei Worte hintereinander, aber das Frau selber denken soll, insbesondere die Weiblichkeit, hat Bettine von Arning in ihrer Günderode am Roman auch dargelegt, wobei sie durchaus dann auch im nächsten Satz gefordert hat, dass es aber nicht nur reicht, selber zu denken, sondern auch selber und selbstständig zu handeln. Ich habe keinen Ahnung, was zu sagen, wenn alle keinen Ahnung haben. Doch, doch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, erstes. Okay. Die piratige Variante von dem Spruch, ich könnte sein, selber denken macht schlau. Dass man im Grunde genommen ausdrückt, das Positive, dieses Denke selbst, hat natürlich, Kant, ich stehe wohl dahinter, aber ich glaube, nicht jeder ist so reichlich leichter Kantfeld. Und ich habe jetzt versucht, eine Variante zu finden, die ähnlich wie klar machen, zu ändern. Das finde ich, ist auch ein sehr schöner Spruch. Und ob man das vielleicht nicht formulieren könnte, mein Vorschlag wäre, selber denke ich, macht schlau, als Aufforderung für alle anderen, sich selbst Gedanken zu machen über das, was man tut. Ich finde eigentlich, dass dieser ganze Punkt zusammengeführt wird mit dem Freiheitspunkt, weil das ist für mich genau der, das, worum ich da gestern auch so oft rumgeritten bin, dass mir diese Freiheitsdirektion, wie das so ursprünglich stand, zu äußerlich ist, so zusammengeführt, zu sammlungsfreiheitsmäßig orientiert. Über das ist genau das, worum es geht, weil diese Selbstentfaltung auch, wenn ich mit der Weg, was denke ich, das ist das eine, das gehört da oben mit rein für mich. Das kann ich auch gar nicht teilen von anderen, weil die Freiheit hat eben da was damit zu tun, dass die Leute auch selber denken können, Nur dadurch wird man auch frei, und dadurch funktioniert auch Freiheit letztlich in dem politischen Sinne. Das Zweite ist aber, was hier mir auch fehlt, es wäre auch ein, der Punkt hatte ich schon eins gesagt, das ist auch richtig, das ist nämlich ins Handeln kommen und auch selber behandelt, aber auch das Selbst. Also Vertraue auch dann eine Wahrnehmung, das ist mir auch, ich sage jetzt, nur einseitig kognitiv, ja auch, wir sind ja emotional, wie ist das alles? Right. Genau das möchte ich wieder schützen. Ich auch. Der Punkt ist nämlich der, das ist nämlich sehr verkehrerisch, was da steht, ich nehme das Tipps ab, mir sagen zu lassen, wenn ein Privat eine Meinung hat, die auf Fakten, wissenschaftliche Untersuchungen bezieht, die aktuelle Forschung mit einbezieht und ich habe eine andere Meinung, was bin ich dann eigentlich? Also das finde ich sehr unglücklich formuliert, abgesehen davon, denke ich selbst, das Slogan ist gut, die lateinische Version ist ein Imperativ und auch das finde ich nicht gut, das ist die Befehlsform. Das ist die Befehlsform. Ja gut, aber im Deutschen hat die natürlich mehr den Charakter eines Slogans, im Lateinischen ist es grammatikalisch eindeutig die Befehlsform. Ich möchte, ich glaube, das ist grammatisch hier ist, glaube ich, das treibt. Also ich komme mal auf den wichtigen Punkt zurück, der wichtige Punkt ist der, wie gesagt, erstens, wer emotionale Entscheidungen trifft, trifft die falschen Entscheidungen, das fließt sich daraus. Ja, das ist das eben, das ist aber ein Fehler, wenn das da rauskommt. das fließt sich daraus, weil da steht nämlich, also eigentlich sind nur die meisten gut, die auf Fakten, wissenschaftlichen Untersuchungen und die aktuellen Forschungen mit einbeziehen, gut, alles andere ist nicht gut, steht da. Stand 1790 und das ist überall altert. Der Zugang zu Menschen, irgendwie war ja unser Ziel, was zu verändern, Menschen zu erreichen, etc. Und zwar nicht unter dem bekehrerischen Ansatz, das ist nämlich auch sehr dogmatisch, was da steht, ich versuche das Wort jetzt ganz bewusst, ist noch ein anderer. Und der Zugang zu Menschen findet über die Emotionen statt, über deren Rahmen, über deren Frames, die sie haben und nicht über wissenschaftliche Untersuchungen. Man kann einen Menschen, um es abzuschließen, erst erreichen, emotional, um ihm dann Fakten zu servieren, aber mit Fakten und wissenschaftlichen Untersuchungen anzufangen, produziert er ein und über Ablehnung nichts anderes. Das ist eine Rückzugsposition für die, die mit Emotionen nicht umgehen können. Oder es produziert mit den wissenschaftlichen, also wie sich, das Problem ist ja auch, was vielleicht bei Kanton nicht so klar ist, wir wissen, aber heute ist Wissenschaft auch hochkalt, wie man es umliebbar ist. Selte ein Glaubenssystem. In gewisser Weise. Also ich würde gerne noch was dazu sagen haben. Mache ich das so? Hallo? Wir sind wahrnehmende, fühlende Wesen. Das ist die Baseline. Es kommt Wahrnehmung rein über unsere Sinne, wir sehen was, wir hören was, wir haben sofort ein Gefühl dafür. Und selbst jemand, der behauptet, er ist total vernünftig, der fühlt sich in dem Moment total vernünftig. Aber er fühlt sich total vernünftig. Das heißt, es geht nicht, wir sind niemals nicht in einem emotionalen Zustand. Und deswegen ist das der Kram aus dem vorletzten Jahrhundert. Und natürlich naheliegend, wenn man sich sozusagen auf eine Rückzugsposition setzen möchte, wo man über Emotionen nicht spricht. Warum ist das so? Weil wir in Wirklichkeit eine zweite Aufklärung benötigen, nachdem die erste Aufklärung gelaufen ist. Die hat uns Computer und Nullen und Einsen gebracht. Alles klar, wunderbar. Wir sehen die Zerstörung, die dabei stattfindet. Und was jetzt passieren muss, ist eine zweite Aufklärung, nämlich die emotionale Aufklärung. Ist dir bewusst, was du fühlst? Ist dir bewusst, dass du deine Gefühle ändern kannst? Ist dir bewusst, dass du gar kein Off von deiner Gefühle bist, sondern dass du sie selber erzeugst auf Basis von Reaktionen, die du normalerweise bewusst kaum mitkriegst? Das bedeutet, das bedeutet eine Arbeit an sich selbst, bewusst zu werden darüber, was sind Emotionen, warum fühlst du das, wofür fühlst du dich abgestoßen, hingezogen und so weiter und vor welchem Hintergrund passiert dir das? Und wenn wir darüber keine Bewusstheit erlangen, uns dann zurückzuziehen auf die Denkung jetzt gekannt, sorry, das ist so oldschool, das ist einfach vorbei und es ist Teil des Problems, in dem unsere heutige Welt ist, nämlich das grundsätzliche Problem ist, dass versucht wird, über Fakten und Wissenschaft und bla, das ganze Ding zu klären, so ist es aber nicht, wir haben ein Herz und wir haben einen Bauch und wir fühlen die ganze Zeit und wenn wir das nicht bewusst auf die Reihe kriegen und uns in dieser Form bilden, ich werde da gleich, wenn ich dran bin, mit meinem Vortrag noch viel mehr dazu sagen, dann sitzen wir hinten dran und ich sehe die Piraten als vorneweg und deswegen müssen wir das in unsere Positionierung mit reinbauen. Darf ich da gerade noch einen wissenschaftlichen Satz zu sagen, der keinen Wert von hat, rein zur Information, es ist nämlich auch bewiesen in der Neurologie inzwischen, dass Gefühle und Unbewusstes immer uns circa eine Sekunde voraus ist, das heißt, ohne dass wir es wissen, bevor wir handeln, haben wir gefühlt und entschieden, das lässt sich beweisen, auch dadurch, durch Reflexe zum Beispiel. Gehen wir jetzt, drillen wir jetzt tief, das denkende Bewusstsein ist der Pressesprecher, nicht die Person. Ich würde den Satz durchaus umformulieren, wir sind nicht eine Partei der Vernunft und Nationalität, es gibt eine Partei der Vernunft und mit der möchte ich nichts zu tun haben. Wir sind eine Partei der Offenheit und Vielfalt. Warum sind wir nicht keine Partei? Wir sagen doch, wir sind in Bewegung. Ja, aber wir nehmen doch die Form einer Partei an, deswegen ist das doch gut. Unsere Ansichten und Lösungsansätze und Diskussionen basieren auf den Erkenntnissen unserer Mitglieder. Unsere Ansichten? Also unsere Ansichten, Lösungsansätze und Diskussionen basieren auf den Ansichten unserer Mitglieder. Ich beschreibe, was wir sehen. Ich beschreibe, was wir sehen. Komm ich jetzt? Ja. Ja, das ist jetzt gerade ein Grund, oder? Ja, das ist unsere Partei. Ja, das ist diese Meinungspluralität, die so geil ist bei den Piraten. Oder ein Nazi? Dann kriegst du die dann aus der Partei. Das ist eine gute Frage, wenn der nicht verboten ist in Deutschland. Ja, okay, aber wir müssen nicht gegenüber Ideologien abgrenzen. Ganz einfach, wer mit Ideologie kommt, fliegt raus. Ganz einfach. Wer mit einem Ismus kommt, hat ein Problem. Ah, aber das stammt nach oben. Reine religiöse basierte, älterische oder religiöse Ansätze in der Politik lehnen die ab. Du kannst ja glauben, was du willst, aber als Basis für eine Politik lehnen wir es ab. Da steht es, ja. Da steht es, ist doch gut. Ja, aber die Partei der Offenheit ist nicht so. Die Partei der Offenheit ist nicht so. lehnt jeden ein. Ist das so? Also, darf ich ganz kurz diese Frage euch anentscheiden, die du gestellt hast? Was ist eine Ideologie? Und das hat was mit einer Wertehaltung zu tun und die Wertehaltung lautet, jemand, der eine Ideologie hat, und zwar egal welche, katholisch, Kapitalismus, Islam, christlich, whatever. In dem Moment, wo jemand behauptet, es gibt eine Wahrheit und die stimmt und er hätte sie, ist er für mich auf der einmal aussetzen bank. Er musste aber die Hälfte damit rausspüren. Das heißt, es gibt ein Wertesystem, Claire Graves Wertesystem, jedem zu empfehlen, das bedeutet, das ist ein absolutistisches System. Ein absolutistisches System bedeutet, es gibt eine Wahrheit und alle, die diese Wahrheit nicht akzeptieren, sind auf dem falschen Dampfer. Und das kann nicht sein, weil die Wahrheit ist auf uns alle verteilt. Jeder hat seine Wahrheit und mit dem, was du gesagt hast, genau der Punkt, wir alle müssen zu dieser Wahrheit beitragen und daraus ergibt sich ein gemeinsames. Ich denke mir, wenn man dort noch einen nächsten Satz einfügt, dass die vorherrschende Meinung, das heißt, wir, dass eine, die vorherrschende Meinung in der Partei basisdemokratisch bestimmt wird, das steht sonst nirgendwo anders, in keiner Satzung oder ähnliches, aber wenn wir das hier reinschreiben, dass die Meinungen, die die Partei findet, oder dass wir als Partei eine Meinung haben oder wir haben viele Meinungen, aber dass die Hauptmeinung basisdemokratisch bestimmt wird. Wenn wir das hier reinbringen, dann ist das meine Meinung nach das Optimal. Genau. Das sind nicht nur Sätze, das ist jetzt erstmal nichts davon, die feste, ich versuche nur ein paar Kranken festfalten. Ich würde gerne das Wort bedanken, kurz selber mit meiner was dazu sagen. Klar sind wir alle emotionale Menschen, ich rege mich jetzt gerade ziemlich auf. Genau. Das ist ja, aber jetzt zu sagen, wir wollen von der Politik der Vernunft weg, die jetzt die ganze Zeit betrieben wurde und mehr auf die Emotionen. Was bitte schön ist denn der Versuch, eine Zensur in Forschung im Internet durchzusetzen? Das kommt ja diese klassischen änserischen Dinge, dogmatisch. Was ist denn der Versuch, Quatsch, 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 Quatsch? Hey, jetzt lass mich mal Wir müssen unsere Kinder schützen. Emotion, ja, Herz, Gefühl, wir müssen unsere Kinder schützen. Entschuldigung, ich kann mich jetzt wirklich nicht angehören. Ist das noch Emotion, oder? Wenn ich sowas mache? Entschuldigung, weil es ist ein Totschlagsargument und wir diskutieren hier und andere Sachen und wir verwenden ein Totschlagsargument. Das ist mein Ohr will ich hinaus. Du willst darauf hinaus, alle setzen Emotionen ein und jetzt kannst du nicht, weil du sagst, die Bösen setzen auch Emotionen ein, sagen, wir setzen keine Emotionen ein. Das ist doch Schwachsinn. Entschuldigung. Gut, aber also das heißt, wie willst du denn, willst du einfach mit anderen Emotionen deine Ziele befinden? Die Frage ist, was sind unsere Werte, aus denen heraus wir fühlen? Das ist die entscheidende Frage. Und die, das habt ihr, gestern hatten wir eine super Diskussion dazu und wir sind auf einen super Punkt gekommen, nämlich Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit und sozusagen dem Förderlichen zugeneigt zu sein für alle. Das ist etwas, was uns sehr verbindet und das ist auch sehr emotional. Es geht nicht um Ausschließen. Großtoleranz zum Beispiel. Das ist total intolerant. Wie die Piraten auch sind. Und sozusagen die Angst vor diesen Emotionen. Dann dazu zu kommen, wir schließen sie ganz aus, ist ein Riesenfehler, weil wir uns damit das letzte Jahrhundert begeben. Das Volleste. Also Ideologie ausschließen heißt doch nicht, dass ich Emotionen ausschließe. Ja, aber du wolltest doch gerade die Emotionen ausschließen. Ich wollte emotionale Begründungen für das Ausgeben von Geld des Staates ausschließen. Ich wollte nicht Milliarden für irgendeinen Zweck ausgeben, weil es irgendwie sich gut anfühlt. Aber das hat doch... Aber dann schreibst du wissenschaftliche Untersuchungen rein, gerade damit kann ich dir begründen, dass wir das ausgeben müssen. Wieso Griechen dann in Euro bleiben müssen, ich kann dir damit genauso begründen, wie wir Griechen dann in Euro raus. Und ich weiß wissenschaftlich... Genau, und dann muss ich sein Verstandes bedienen und zu entscheiden, wie willst du es denn machen? Nach Emotionen? Also sozusagen, wir glauben, dass die Griechen es irgendwie schaffen, die werden schon ihre Schulden irgendwie antragen. Beide Meinungen zulassen. Haben wir nicht eine Rednerliste? Genau. Rednerliste, ja. Das sind wir... Also, Rednerliste... Dann möchte ich... Okay, ich darf mich auf Kahn. Ja. Er war... So. Danke. Ich persönlich bin der Meinung, dass Kahn nicht... Das, was Kahn vertreten hat, nicht vertreten ist. Ich glaube auch, dass, was er sagt, in dem wir das Denken, im Denken selbst, ist nach wie vor aktuell. Der Punkt ist ja der, oder was Ideologie angelangt, ist ja das, es gibt nur eine Wahrheit. Ich glaube, da ist ein anderer Ansatz, der sehr viel wichtiger. Und zwar, es gibt bei Ideologien Grundannahmen, die geglaubt werden und nicht begründet. Begründet auch von Tatsachen und irgendwelchen Fakten. Und das macht man, sagen Sie, der Unterschied aus. Zwischen einer Ideologie und einer Wissenschaft. Und ich glaube schon, wenn wir das rausnehmen, wenn wir das rausnehmen, dass wir sagen, wir basieren unsere Politik auf Klauen, egal welcher Art. Und dann, glaube ich, machen wir einen ganz großen Fehler. Und dann werden wir Opfer unserer eigenen Ideologie. Das heißt, die Ziele, die wir haben, können wir dann nicht erreichen, weil wir Gefangener unserer eigenen Vorurteile sind. Und aus diesem Grund bin ich ein großer Fan von dem, was hier entsteht. Und ich bin auch der Meinung, dass man diese ideologiebasierten, religiösen und so weiter Fakten rauslässt. Warum bin ich zum Beispiel nicht religiös? Aus einem ganz einzigen Grund, weil ich sage, das, was hier behauptet wird, ist viel zu wichtig, dass ich es nur auf Klauen basiere. Und genauso denke, ich sollte es in der Politik sein. Jetzt habe ich mich verstanden. Ich sage, die Fragen, die die Religion beispielsweise aufwirft, sind meines Erachtens sehr elementare, sehr wichtige Fragen des einen Seins. Und diese Fragen möchte ich nicht auf einem Glaubenssatz begründen, sondern aufgrund von Tatsachen das, was ich mit meinem Sinn und meinem Verstand begreife. Das ist aber naiv, weil das ist die Tatsache. Glauben heißt nicht Wissen. Das glaube ich voll. Richtig. Glauben ist nicht Wissen. Warum soll ich ausgerechnet in den nächsten Punkten das nicht machen, was ich sonst noch für unbefaltig halte? Ich bin ein Nächster, in der Nächste. Du und dein Willen. Also ich bin es auch in Teil. Nein, nein, du. In Teilen ist es eben insofern nicht, weil es über Fragestellungen jetzt auch hinweg geht, die einfach ganz philosophisch und auch reihe alt sind. Aber was ist überhaupt meine Wahrnehmung? Wie weit kann ich überhaupt hier wahrnehmen? Ist das alles nur dein Kopf? Gibt es solche eigentlich gar nicht? Jetzt hier, wir brauchen das nur dein Kopf. Wie geht es von euch? Solche Sachen, wo man... Solipsisten sind sehr einsam, ne? Wo man immer an die Punkte, eigentlich gerade in der Industrie, ganz rational wissenschaftlich aufdrösen will, kann man dann eben wirklich zu Sokrates oder muss sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dann ist dieses Wissen, Glauben, den Ding irgendwie sehr relativiert. Ich finde, für mich muss das ganze Ding rausfliegen, der ganze Siebenhörfling raus, das ist alles für die Tonne, finde ich. Wir haben teilweise auch, das war jetzt gut, da haben wir uns über das Verfahren in der Partei unterhalten, das hat aber gar nichts gefordert werden zu tun, wie wir unsere Gemeinde zu befinden und das mit dem Ding gestalten wollen. Das gehört oben mit in die Freiheit rein von meinen Begriffe und was da für vernünftiges drinsteht, für mich ja und die Ideologie, ja, wie gesagt, die Ideologie, was ist genau die Ideologie? Ich finde es auch an das Punkt schwierig zu sagen, es gibt keine Wahrheiten, weil wir haben ja auch natürlich, und wir jetzt Nein, es gibt jede Menge, wer behauptet, er hätte die einzige Ware, das ist das Problem. Wir haben natürlich schon, wir sagen zum Beispiel mit den Menschenrechten, dass wir da an bestimmten Punkten schon Wahrheiten haben, die sind nun derselbe, die setzen wir zumindest axiomatisch, man darf nicht Leute umbringen, das ist einfach so, das ist ja auch, das ist eben ein Gesetz, das ist ja auch nicht missgeschafft, in dem Sinne, man kann das zwar irgendwie logisch bekennen, dass es irgendwie, wir sind ja Menschen, also wollen wir überleben, also können wir nicht dafür sein, dass Menschen umgebracht werden, so kann man es nicht so logisch, wir müssen herleiten, aber trotzdem ist es letztlich eine Wertsetzung, und natürlich gibt es irgendwo den Punkt, wo ich benutze auch das Wort Ideologie gegenüber anderen Leuten, wenn ich denke, jetzt haben sie ja irgendwie so ein Hirngespinst, was sie übernommen haben von irgendwoher, was sie nicht reflektieren, und was sozusagen einen viel zu universellen, allgemeinen Wahrheitsanspruch hat, aber trotzdem ist das Wort Ideologie in meinen Augen einfach sehr, sehr impräziser, und es wird, ist es missbrauchbar ohne Irgendwo, genauso wie auch Vernunft, ohne die Missbrauchung ist. Also, wenn wir jetzt den nächsten Punkt wollten, das würde, passen wir in der Werbung. Nach zehn Minuten. Also, ganz kurz, wichtig, bei, und Sie hatten, Sie beiden hat sich gerade geeinigt auf die Reihenfolge, deswegen, die Reihenfolge, die Reihenfolge, Erstmal, Erich hat schon wieder fast alles vorweggenommen, vielen Dank, damit es Zeit nicht war, aber, Punkt sieben, denke ich, als Wert, hast du auch gesagt, Beispiel für den Wert ist die Antoleranz, aber nicht das Denken, das Denken selbst, oder denke ich selbst, ist für mich ein Instrument, aber, der Wert, Toleranz, gut, es gibt ja mehrere Beispiele, die das Neutechno erlagt haben, und zum Beispiel. Bevor ich mal sage, ich werde das jetzt abbrechen, weil ich sehe, das ist alles sehr kontrovers, ich werde dich noch und dich noch was sagen lassen, und danach werde ich auch nichts mehr sagen, sondern ich werde es einfach zurückstellen, ich bin sozusagen jetzt, ich mache mich sehr aufgehöhlt zu dem Thema, weil das für mich ein zentraler Punkt überhaupt der Partei ist, deswegen muss ich da selber drüber nachdenken, aber es gibt noch einen weiteren Punkt Nachhaltigkeit, zu dem vielleicht gerade nochmal, zehn Minuten reden sollten, weil vielleicht können wir uns da einfach drauf einigen, dass das ein Wert der Partei ist, und dann hätte man das mal abgehakt, okay, also du noch, ich habe mich noch da gut gewählt, ich würde mich auch gerne, gut, dann hast du die Schlusswort. Moment mal, aber er war erstens, dann fange ich mal an, denkst selbst, ist auf alle Fälle ein Wert, der in unsere Partei reingehört, aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Alternative dazu ist, andere denken zu lassen, und darauf habe ich keinen Bock, und ich denke mir, genau das zeichnet diese Partei, und dazu, das hat sie man, ausgezeichnet, dass Leute auch eigene Meinungen vertreten, entgegen dem Mainstream. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, dass wenn viele Leute reden, versucht ja jeder seine Aspekte mit in einer Diskussion einzubringen. Alle Probleme befinden sich ja in einer Spannungsmatrix, das heißt, wenn ich irgendwo ein Schäubchen drehe, verändert das was an einem ganz anderen Punkt, und wenn man sich über Probleme unterhält, versucht man alle Aspekte eines Problems zu erfassen, und ich denke mir, diese Bereitschaft, dass man das will, das ist unsere Voraussetzung, mit dem selber zu denken auch. Gleichzeitig, weil wir Individuen sind, bewerten wir aufgrund unserer eigenen Werte, die wir im Laufe des Lebens erfahren und uns gebildet haben, gewisse, ich sag mal, Aspekte unterschiedlich und kommen folglich auch zu anderen Ergebnissen, wo wir glauben, dass das Ganze hinläuft. Insofern haben wir unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Wahrheiten, aber wir müssen jederzeit in der Lage sein, wenn wir merken, es läuft nicht so, wie wir gedacht haben, das auch zu revidieren und trotzdem sozusagen in unsere Gedanken wieder mit einschließen zu lassen. Im Gegensatz zu einer Ideologie, diese Ideologie ist sehr starr und alles, was in dieses Weltbild nicht hineinpasst, darf nicht sein. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass, wenn wir sagen, wir sind eine Partei der Aufenthalt und Vielfalt, unsere Ansichten, unsere Ansätze basieren auf den Ansichten unserer Mitglieder. Wenn wir dann noch reinschreiben, die Meinungsfindung der Partei erfolgt basisdemokratisch, dann ist das zwar ein Werkzeug, aber das ist das, dieser Wert, dass wir alle zusammen mitarbeiten, um Ergebnisse zu finden. Und deshalb ist es ein Wert. Entschuldigung, wenn ich mich hier auch jetzt etwas emotional beteiligen. Ich darf das vollumfänglich unterschreiben. Also für mich sind das erst mal zwei Punkte. Das eine ist das Denkselbst, also der Wert des selbstständigen und auch selbstbewussten Menschen, der seine eigenen Position findet. Und das andere ist die Frage des wissenschaftlichen Ansatzes. Was für mich dahinter steckt und was mir dabei auch wichtig ist, ist die Erfahrung, die ich mache, dass Politik aus persönlichem Erleben gemacht wird. Und das ist ein Problem, dass man sein persönliches Erleben, sein punktuelles persönliches Erleben zu Politik macht. Also verallgemeinert. Und das ist der Punkt, bei dem es mir bei dem wissenschaftlichen Ansatz geht. Mir geht es nicht darum, zu sagen, was für sich Menschen sind Maschinen oder die Welt ist eine Maschine und wir können alles wissenschaftlich belegen. Aber politische Schlussfolgerungen will ich begründen können. Begründen durchaus auch mit dem Erleben, aber dann nicht nur mit dem persönlichen Erleben, sondern auch mit dem Erleben von Mehreren. Ich will auf Quellen verweisen, wo diese Dinge auch schon aus Sicht von anderen beschrieben sind, beispielsweise oder solche Sachen. Das ist das, worum es mir geht. Was ich ja bei der Politik erlebe und wo ich ein Problem sehe, ist, wenn das persönliche Erleben, ich habe jetzt mal was erlebt und deswegen muss das jetzt geändert werden, das sehe ich als Problem und deswegen finde ich das schon irgendwo nochmal als wert. Intersubjektiv? Ja, lesen Sie das. Im Prinzip ist es das, was ich meine. Also ich wollte noch mal kurz die Übersetzung, wenn ich sie noch finde, wörtlich, Sapere Aude, also ich jetzt da kann auch sagen, wir haben mehr übersetzt immer als das Wort warkannt, selbst hat es eigentlich übersetzt mit habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das steht hier. Ja, genau. Und da wollte ich nochmal darauf hinaus, also er selbst hat ja auch später infrage gestellt, dass es die Wahrheit der reinen Wissenschaft gibt, sondern er war sehr wohl in der späteren Phase ja der Meinung, dass Gefühle wichtig sind. Das muss man Heidegger gleich weiterlesen. mehr übersetzt, ich kann noch mal eins sagen, was ich da lese und was ich erfahre, ich bin ja sehr exponiert durch meine UB-Kandidatur in Wiesbaden im Moment, ich erfahre Menschen, Bürger, die wählen, die vor einem Jahr noch der privaten Partei durchaus positiv gegenüberstanden, die sie jetzt sehr kritisch sehen. Warum? Auch weil die Presse berichtet, auch weil wir Steilvorlagen geben, etc. aber auch weil ein sehr dogmatischer Prozess stattfindet und zwar auch an den Infostämmen kann man das sehen, wenn sich Menschen kritisch äußern, wird sehr schnell gesagt, ach, ihre Stimme brauchen wir eh nicht, sie verstehen das eh nicht und da ist ein Ruhestriff der Intoleranz und für mich, das was ich da lese, bestätigt das ganz genau. Mir ist es nämlich nicht tolerant genug. Gut, würde man das ergänzen, dass du sagst, ich würde gerne noch zwei Minuten über den Punkt Nachhaltigkeit reden. Wie stehen wir in nachhaltige Politik, welche alle Grundlagen schützt und die zukünftigen Generationen erhält. Dies umfasst insbesondere natürliche Grundlagen und Russenschutz und die Finanzierung staatlichen Handels. Das heißt, es geht darum, dass die Politik, die man macht, eben auch längerfristig funktionieren wird und nicht eine nächste Wahlkampf hinausrettet. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der eben über das reine Umweltschutz bei den Grünen hinausgeht, es geht nicht nur um die Frösche, sondern es geht eben auch darum, BGG muss auch finanziert werden, wenn es funktionieren soll. Und da würde ich gerne noch mal einfach ein kurzes Meinungsbild zu einholen, weil ich glaube, gerade im Antrieb dieser Diskussion, die wir hier gerade hatten, die ja gerade emotional wäre, wäre es wirklich gut, wenn wir noch mal eine halbe Stunde über das Thema innerbeteiligte Wertkommunikation reden würden. Das würde ich im Wunder bereinpassen. I know. Von daher einfach noch mal vielleicht einmal rein um, ein kurzes Stimmungsbild dazu, jeder eine Wortmeldung fangen wir an. Ja, ich stimme dazu, ich kann Ihnen nur sagen, unsere Formulierung in dem Grundsatzantrag wirtschaftbar, nachhaltig, ist ein auf Dauer angelegter, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und der Umwelt. Die Haushalts- und Subventionspolitik sowie das Finanzsystem müssen den Menschen und der Realwirtschaft langfristig dienen. Das war praktisch die Zusammenfassung unseres Punktes und ich glaube, der trifft mich nachschließend weitgehend auf das, was du sagst. Ja, dieses mit dem Dienen ist ein super Aspekt, ne? Wer ist für wen da? Ja, Ressourcen mit zwei S Handeln und ich finde es, ja, ich glaube da auch plus eins, auch wenn ich die Formulierung nicht besonders toll finde und jetzt Romana hätte ich gesagt auch nicht. So viel weiter für Beide, wenn dann würde ich auch Verteilungsaspekte müsste man, also wenn man Finanzierung drin hat, müsste man Verteilungsaspekte drin haben und alles nötige zu wollen. Aber das sind keine Konflikte. Das geht nicht besonders, es gibt keine Konflikte. Es geht um die extreme Schieflagen, da heißt ja nicht, dass jemand vorhört, aber dass die Machtverteidigung sich verändert und dass sie sich dann immer weiter verändert. Also das kann man nicht nachfragen, aber im Prinzip nur um eins. Ja, ich habe das jetzt auch noch ganz aufregend alles jetzt so mal bei mir mal so ein bisschen aufgenommen. Was ich eben nochmal so kurz hinzufügen würde, einfach das Wort Toleranz. Ich würde das Wort Toleranz in der Partei nochmal ein bisschen genauer definieren, um einfach auch dann genau, was der Vorwender, also der Erstvorwender gesagt hat, es ist einfach wichtig, nachhaltig in dieser Partei zu arbeiten, weil wir sehen immer wieder, dass auch andere Parteien daran scheitern und auch immer mehr an Wähler verlieren und alles, was wir in dieser Partei jetzt aufbauen, weil wir sind, ich sage jetzt einfach mal noch relativ neu, sollen wir wirklich nicht von Wahl zu Wahl bestimmen, sondern dass wir langfristig an diesen Werten halten, ansonsten gehen wir auch unter, das ist nur immer eine Frage der Zeit, also das ist das, was ich nicht hinzufügen und eins habe ich noch auf die Frage bitte also ganz konkret die Finanzierung hat da überhaupt nichts verloren, weil damit stellst du nämlich die Finanzierung auch auf die Ebene des ich sage mal auf die Wichtigkeit von Umweltschutz und Ressourcenschutz und ich kann hier ganz einfach sagen Kohleflöts wenn das mal aufgebraucht ist ist es aufgebraucht aber gerade beim Thema Finanzierung dass eine Finanzierung oder Geld hat nicht diesen Stellenwert und gehört meiner Meinung danach nicht rein weil im Prinzip ist nämlich Geld nichts anderes wie Arbeitskraft von Menschen und Arbeitskraft von Menschen ist die Frage wie man sie lenkt und was sie machen soll und dafür gibt es Geld und dafür gibt es Finanzierung ich sage mal eine lebenswerte Umwelt ist für mich ich sage mal was ganz anderes und hat einen weitaus höheren Stellenwert deshalb bin ich nicht der Meinung dass das hier angehört ist ein Kategorienfehler es ist ein How to und das andere ist auf der Werteebene und deswegen gehört das einfach in zwei Punkte aufgeteilt wenigstens das war mein Beitrag dazu nächster bitte Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema Formulierung also Nachhaltigkeit im eigenen Sinn habe ich von einem Freund gelernt der Förster hat die Waldwirtschaft empfunden weil nämlich im Wald immer gepflegt werden musste und man durfte nur so viel entnehmen dass sich dieser Wald und bekanntlich Wachsenbäume nicht sehr schnell regenerieren konnte das heißt es geht eigentlich um die Entnahme der Ressourcen und die eigenständige Regeneration des Systems vielleicht kann man das dann noch ein bisschen in der Formulierung besser abbilden dass es darum geht dass sich Systeme selbst regenerieren können also eine beschränkte Entnahme ich glaube wenn man Nachhaltigkeit in Wikipedia guckt wird ein anderes Thema das du gerade gesagt da bin ich mir sicher aber ich bin drauf gekommen weil eigentlich das fand ich sehr bezeichnend ich habe für sie sehr lange Projekte gemacht und habe immer das Wort Nachhaltigkeit verwendet und ein Freund der Wörter es hat in der Kneipe weiß eigentlich wo das kommt von uns das wusste ich nicht in der Tat aber mehr wäre ja auch Richtung Ja aber Formulierung ist denn bestimmt so dass die Finanzierung da nicht zu suchen als das Umsetzen ist das ist einfach How to das kommt später drei Punkte später Ich bin mittlerweile fast auch überzeugt dass man die Finanzierung wieder rausnehmen sollte und ich bin das Maupunkt dafür ich finde es fehlt nichts also ich würde jetzt Verteilungsfragen gar nicht befeinigen wollen es könnte nicht ganz anders hin Nachhaltigkeit nicht von der Erhaltung oder etwas die nicht organisch schlecht dass die Finanzierung mit drin ist würde sie da aber getrennt oder anders gelichtet also für mich ist das eine andere Sicht aber ich bin und gedanken der dabei ist auch eine Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinne zu haben ich habe noch einen Formulierungsvorschlag Entschuldigung wenn ich das nochmal sage Entschuldigung Wir sind drüber Wir sind schon drüber Also ich bremste Formulierungsvorschlag gerne ich drehe jetzt Patten und so weiter und dann weitere Vorschläge zum Thema oh gerne Schreibst du auf Amazing ist noch besser Als Allmende der gesamten Menschheit nach der Klammer vom Ressourcenschutz Ich bedanke für den Input und beende dann erstmal den Plot hier Ich werde das zusammenstellen und auch verlinken vom Hessen Campus aus wenn man das findet und wer da noch Anmerkungen machen möchte der sei willkommen und müssen sehen wie wir mit dem Thema weiter kommen auf jeden Fall ist unsere eigenen Werte die wir an die Menschen kommunizieren wollen eine Menge Zusatz In der Tat In der Tat